So Leute, willkommen zum neuen Vlog. Hallo. Wir haben uns bald getroffen und behindert. Wir sind jetzt zwei Stunden nach Dorsten fahren, weil wir der Jannis treffen wollen. Ich würde sagen, bis später. What's up, boy? Ich rufe jetzt mal den Jannis an. Jannis? Ja. Wo bist du? Digga, bei dir ist voll leise. Bist du überhaupt losgefahren? Ja. 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 So Leute, wir sind jetzt dort. Hier ist Jannis der Straße. Ja. Und ja, wir gehen jetzt irgendwo mal hin. Wir schauen mal, was wir jetzt machen müssen. Donald! Ich glaube, da wurde ein Fahrrad fast geklaut, Digga. Hä? Wie komm ich da raus? Was ist mit dem Rad da los? Da ist überhaupt nichts passiert. Ja, ich hätte... Frankreich. Ah ja, Frankreich passt zu dir, ne? Hä? Deutsch. Nein, ich bin hier für... Strix, Strix. Das ist ein EU-West. Was sagen Sie dazu? Das ist kein Eis mit Strix, du hast das Strix mit Eis, Junge. Hoch! Egal wo lange ich gehe, überall! Babe! Babe! Ja! Daaaay! Ja! Geschenk für dich, ne? Ja, ja! Ich hab ein Geschenk für dich mitgegocht, ja? Extra von Rewe, Digga. Gib dir das heilige Futsi-Wasser, ja? Du kannst es mal probieren. Hä? Digga, Spule ist drin! Ja, das ist auch kein... Soll ich auch kaputt? Ey, soll ich jetzt sagen? Das schmeckt nach Schwimmbach! Soll ich jetzt sagen, das Leitungswasser? Ja, schmeckt genauso! Wir haben High-Quality-Water, das verschwindet Janis gerne, das kam aus dem Wasser an. Das sehen wir ein Janis und ein Arado. Wie die versuchen, am McDonalds-Automaten was zu bestellen. Menschlich gesehen ziemlich abstoßen. Mediamarkt! Ich bin noch nicht blöd! Mediamarkt! Und Rockett und ein behinderter Janis. Gibt es hier irgendwo einen Einkaufsladen vielleicht? Kennen Sie hier irgendeinen Einkaufsladen? Ja! Ja, geil! Mediamarkt kommen wir raus. Mediamarkt, Einkaufsladen, Digga! Wann gefunden! Jo! Eben bei Netto, ich wollte gerade Rewe sagen, Digga, haben wir uns diese scheiße überholt hier. Weiß, was witzig ist, Leute? Wir sind hier auf der Bank, Digga. Wir haben gerade die Innenstadt gesucht, wir haben gerade die Innenstadt gesucht. Wir sind hier einfach komplett rumgegangen. Da hinten haben wir die Innenstadt gefunden. Ja, was passiert? Digga, einfach zu inkompetent. Ja, guck, jetzt sind schon mal die Teile beide. Ist inkompetent. Hat für 2 Euro so Sticker geholt. Hier haben wir nochmal Janis, Digga. Hier haben wir einmal, äh, ja, dazu sag ich jetzt nochmal nix. Genau. Dafür haben wir nochmal... Da, 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 da. Nehmen einmal diese Sticker hier und, äh, geben die mal auf unser... Baba Hase. Nice, nice. Ne. 5,90 Euro einmal. Wir kommen dann hier hoch, Alter. Und dann müssen wir wieder hochgehen. Ja. Nur, nur um aus dem Flug zu gehen. Das ist unser Neu... Leute, willkommen zu unserer Ausdruck. Willkommen zu unserer Ausdruck. Das ist unsere neue Wohnung. Das ist unsere Villa, Digga. Das ist unsere Villa, Digga. Das ist unsere Villa mit Ausblick auf Meer, ja. Und eine Bilou-Flasche, die gleich kaputt ist. Nein! Arado kann nicht Bilou-Flaschen tragen. Äh, boah, wir müssen noch weiter, geil, Alter. Hä? Juh! Der ist auch Rucksack voll vergessen. Hatte sein Handy an. Neeeee! Der rennt! Jo, Leute, was geht? Willkommen zu meinem FIFA-Pack-Open. Heute habe ich die Tops Match-Attacks am Start. Ich war zu arm, ähm, mir eine Playstation-Karte gekauft. Das liegt einfach daran, dass ich noch keine 18 bin, sondern erst 11. Und die Kassiererin mir ist nicht verkauft. Aber hier sieht man das gute Stück. Match-Attacks. Hör mehr jetzt. Hast du wirklich 6? Ich bin, ne, ich bin 7. Ich habe die Kassiererin angelogen. Janis, du Spasti. Wir müssen uns verabschieden, Janis. Hä? Aber mit dem Zug bin ich hier hingekommen. Ja, cool. Ah ja, tschüss. Willst du essen, ne? Tschüss. 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 Tschüss.